Magic the Gathering Arena, ein sehr, sehr beliebter Klient für Magic the Gathering-Spieler, hat jetzt gerade mal wieder ein Problem, was wir schon häufiger hatten, deswegen wollten wir das mal beleuchten. Ausgelöst hat das Ganze ein Magic Arena Reddit Mod-Post vor sieben Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo jemand quasi gesagt hat, also das ist betitelt mit Format Concerns und Moderation Reminder, wo quasi drauf hingewiesen wurde, hey, wir haben momentan vermehrt mitbekommen, dass Leute sich beschwert haben über das aktuelle Best-of-One-Meta und dass sehr viel Kritik da kommt und dass wir auch gerne die Voice hören möchten, aber mir fehlt dann jetzt ein bisschen die Low-Effort-Kommentare in diese Richtung aus, schlechte Memes und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind gerade mal wieder in einer Welle, wo Karten im Best-of-One problematisch sind, das aber nicht unbedingt die Gesundheit des Formats Standard darstellt. Wie siehst du das Ganze denn? Also, im Endeffekt haben wir halt die eben erwähnten Maus-Decks, also die halt eben Layline of Resonance spielen, die Ember Heart Champions spielen, die Hardfire Heroes spielen. Diese schnellen Aggro-Decks, die dich quasi Turn-to killen wollen, ist das wirklich ein Problem in Best-of-One oder ist das Format das Problem? Das war immer schon das Problem von Arena. Best-of-One, also man spielt einfach nur eine Runde und schaut, wer da gewinnt, ist immer vorteilhaft für Kombo und für Aggro. Denn die Kontroll- und Mid-Range-Decks können sich nicht auf alles einstellen, sondern sie können dann eben mit dem Sideboard, was eben in dem Best-of-Three, also man spielt halt drei Runden, beziehungsweise im Bestfall drei Runden, ansonsten manchmal nur zwei, wenn man 2-0 gewinnt oder verliert, dann kann man sich mit seinem Sideboard eher noch auf den Gegner einschießen. Spielt man Gegner-Kombo, nehme ich wesentlich mehr Karten gegen Kombo rein, spielt man Gegner irgendwie ein Mid-Range-Deck oder ein Aggro-Deck, nehme ich mehr Removal da rein. Das bevorzugt halt eben Aggro-Decks, damit die Leute eben sich nicht darauf einstellen können. Du weißt nicht, wie du Mulligan musst, weil auch das kommt hinzu. Best-of-One heißt, wir beide spielen im Best-of-One gegeneinander, ich weiß nicht, was du spielst. Wir spielen die zweite Runde gegeneinander und ich weiß, hey, ich muss jetzt eine Hand halt mit Removal, ansonsten sterbe ich Turn 2. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Auf dem Arena-Client ist es natürlich so, dass man sagt, hey, man will halt ein schnelles, kleines Game haben, so wie in Half-Stone oder in anderen möglichen Sachen, man will nicht 40, 50 Minuten lang auf der Toilette sitzen und dort in der Arena-Bunde spielen, sondern man will das halt quick and dirty machen. Und das ist halt immer das Problem gewesen, weshalb Agro-Decks, also das ist auch das Problem zum Beispiel von Half-Stone gewesen oder anderen Kartenspielen, die halt so einen Online-Client hatten. Auch dort waren sowas wie Pirates oder so super broken, weil sie halt viel zu schnell, viel zu viel Dämpfisch gemacht haben und die Leute sich nicht darauf einstellen konnten. Ja. Und das ist wirklich was, wo man sagt, hm, das ist ein Problem und dem Problem muss man nicht unbedingt entgegenwirken, aber man muss auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, weil nur weil ein Deck im Best-of-3 super gut ist, wo wir jetzt gerade eben drüber geredet haben, so ein UW-Control oder so, dann heißt das aber nicht, dass dieses Deck eben auch im Best-of-One sehr, sehr gut ist. Und das ist tatsächlich eine Problematik, weil wir hier praktisch mal wieder zwei Formate in einem Format haben. Ja. Ja, das ist halt wirklich eben das Ding, ne? Also, ich verstehe schon, ich glaube, man kann in Arena nicht auf Best-of-One verzichten. Dafür ist es zu attraktiv, zu ... Also, ich habe keine ... Ich meine mal gehört zu haben, das ist eine sehr schlechte Quellenangabe, aber ich meine mal von einem Entwickler in einem Interview oder bei Weekly MTG gehört zu haben, dass halt wirklich knapp 80 bis 90 Prozent der Spieler Best-of-One spielen, einfach nur, weil es auch das ist, wo die meisten Leute direkt hingezogen werden. Und das hat sich halt irgendwie verankert in meinem Hinterkopf. Und dementsprechend ist es halt die Frage, also, klar, man könnte natürlich so sagen, Best-of-One, das ist halt eben dieses Format, das hat halt eben diese Probleme mit Combo-Decks. Ich erinnere mich ja noch als Arena-Boomer so ein bisschen an die Nexus-of-Fade-Zeiten, wo man teilweise einfach gestreamlined wurde in eine Endlos-Kombo und man saß da und ... Ja, man konnte im Endeffekt nicht viel gegen tun, weil die Sideboard-Tech gegen dieses Deck war halt im Sideboard und halt nicht im Main-Deck. Und man konnte ja nicht pre-Sideboarden, weil gleichzeitig gab's auch noch ein Aggro-Deck oder ein schwarzes Discard-Deck. Das heißt, zu viele Angriffspunkte, als ob man ein Deck drauf vorbereiten konnte. Und im Endeffekt wurde die Nexus-of-Fade-Geschichte auch so gelöst, wie das jetzt auch momentan diskutiert wird. Und zwar mit einer eigenen Bannliste für Best-of-One-Standard. Im Endeffekt haben wir lustigerweise wieder eine ähnliche Situation wie bei Commander mit C, D, H und E, D, H, wo quasi die Spielintention eine andere ist, obwohl das Regelwerk das gleiche ist. Inwiefern glaubst du, würde das was lösen? Weil auf der anderen Seite könnte halt auch die Problematik sein, jemand würde Arena spielen, irgendwo dann zum Standard-Event hingehen und dann merken, okay, diese Karte ist halt nur irgendwie auf meinem Klienten gebannt. Ich bin verwirrt, was zum Teufel soll ich hier? Glaubst du, dass das ein Punkt ist, wo man sagt, okay, hier machen unterschiedliche Bannlisten Sinn, einfach nur, weil die Art und Weise des Spielens sich verändert hat? Ich glaube nicht. Also, man möchte hier möglichst, also, aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, der gerade auch immer Anfänger im Blick hat, die man ja mit Magic Arena haben möchte, man möchte die Leute nicht verwirren. Man hat die Leute verwirrt, indem man drei verschiedene, fünf verschiedene Arten von Boostern hat, zehn verschiedene Arten von Boostern hat. Und auch auf dem, zwei verschiedene Online-Clients, wo man den Leuten immer erklären muss, was ist, ich spiele, ich kenne mir Magic Arena, was ist denn Magic Online? Ja. Und so ein Kram halt. Ja, ja. Wo ich auch einfach sagen muss, so, hey, Brudi, es ist halt einfach verwirrend für Anfänger. Mhm. Und, ähm, da muss man jetzt nicht noch mehr Verwirrung reinmachen, indem man sagt, hey, die Karte ist da und da gebannt und da und da nicht. Also, wenn du einen Paper besitzt, darfst du sie spielen, wenn du sie online hast, darfst du sie nicht spielen. Finde ich persönlich irgendwie keine, keine smarte Lösung, keine intelligente Lösung. Ähm, auch wenn ich, muss ich jetzt auch dabei sagen, auf der anderen Seite, glaube ich, einfach keine andere Lösung parat hätte. Also, ich finde die Lösung nicht gut, aber ich wüsste selber nicht, wie man's löst. Ja. Ja. Also, bei Nexus of Fate haben sie es halt zumindest damals, ähm, halt so auch gesagt, dass sie gesagt haben, das ist explizit für Best of One gebannt. Ähm, man könnte natürlich dann auch konsequenterweise sagen, okay, der einfache Weg scheint dann wirklich, keine Ahnung, Hearthfire Hero oder sowas zu bannen in dem Format. Auf der anderen Seite ist, ne, im Endeffekt targetest du ja dann nur ein Deck, was ja auch noch nicht mal, also, wo jetzt mein Gefühl ist, dass irgendwann haben sich Leute ja auch drauf eingestellt, das heißt, man müsste die Daten überhaupt überprüfen, ob sie dann auch tatsächlich zu viel gewinnen oder ob sie einfach nur sehr beliebt sind, weil's ein günstiges Deck ist. Ähm. Oder weil's Mäuse sind. Oder weil's Mäuse sind, das kann natürlich auch sein. Ähm, die andere Seite wäre, ähm, Best of Three sieht relativ divers aus, was wir eben auch schon im ersten Segment gesagt haben. Ähm, es gibt sehr viele Decks, es gibt sehr viele verschiedene Strategien, die die Leute nachgehen. Ähm, wäre es nicht auch möglich, die Leute, klar, Best of One wird immer beliebt bleiben, aber dass man Best of Three auf Arena, sag ich mal, attraktiver gestaltet. Vielleicht, und das ist jetzt vielleicht ein ziemlich harter Weg in diese Richtung, dass man Best of Three als der einzige Weg hält, Standard, ähm, Ranked anzubieten. Genau dieselbe Idee hatte ich auch tatsächlich. Genau dieselbe Idee. Ja, es wirkt erst mal weird und alle Leute sagen, äh, nee, ich möchte das nicht. Ja. Aber wenn du Ranking spielst, wenn du wirklich Ranked spielst und wenn du wirklich Mythic erreichen willst und so weiter und so fort, dann setzt du dich mit dem Spiel auseinander. Mhm. Dann bist du nicht der Mensch, der auf der Toilette zwei Minuten eine Runde, äh, Mono-Red-Agro spielt, ja. Sondern du bist der Mensch, der sich an den PC setzt oder halt irgendwo in Ruhe vor den Fernseher setzt mit dem Handy in der Hand und das gediegen durchmacht. Ja. Und das hat ja auch noch eine ganz andere Bewandtnis. Es würde auch den, den Mythic-Rank für mich wieder mehr Wert machen tatsächlich. Weil, wenn ich jetzt mit Leuten rede und die sagen, oh, ich hab Mythic auf Arena gemacht, ähm, dann frage ich nach, ob's Best of One oder Best of Three war. Ja. Und wenn die sagen Best of One, dann sag ich, ja, schön für dich, du hast literally keine Ahnung von dem Spiel, weil du nur ein Drittel des Spiels gespielt hast. Mhm. Wahrscheinlich nicht mal das. Die Leute wissen nicht, wie man sideboardet. Wie viele Leute einfach es nicht hinbekommen, ein Sideboard, die nehmen ein Sideboard dann an und schmeißen den mit rein, weil kennt man ja. Mhm. Und dann sag ich, was nimmst du denn raus? Und dann guckt die mich an und sagen, äh, ja, was nimmst du denn rein? Äh, und das wissen die Leute nicht, weil die meistens dann irgendwie Best of One Arena zum Entspannen oder Commander spielen, wo du halt auch kein Sideboard hast. Und wenn du dann auf den Turnieren bist, ich seh das en masse bei den Leuten, dass die einfach Sideboarding so spannend einfach haben mittlerweile. Ja. Ich glaube, ja, also das Ding ist, das wäre wahrscheinlich aus unserer Sicht, als Leute, die wenig bis gar keine Arena spielen, ähm, wahrscheinlich von außen betrachtet eine einfache Lösung. Ich glaube, es geht halt wirklich aber zuwider den, äh, Leuten, die halt sehr investiert sind auf Arena. Wir haben ja auch viele Content-Creator-Kollegen, die dann eben hauptsächlich Best of One präsentieren, weil es halt eben schnell geht. Man kann viele Sachen highlighten in einem Deck, ähm, und dem in gewisser Weise Legitimität zu entziehen, wenn man das, ähm, dass das Ranking da rausnimmt, da muss ich schon sagen, selbst beim Vorschlagen, fände ich das, glaube ich, problematisch. Also es wäre wahrscheinlich was, was auf einer, es wäre schon irgendwie zu verantworten, aber ich glaube, das würde man dann so ein bisschen dieses Fass aufmachen, von wegen, was versucht man zu erreichen? Versucht man wirklich Arena-Spieler zufrieden zu halten oder versucht man ein Problem zu lösen, was vielleicht, ja, nicht so viele irgendwie, ähm, ja, betrifft. Vor allen Dingen, weil es ja auch bei Best of One eben immer noch dazu führt, dass die Aggro-Decks nach wie vor gespielt werden, selbst wenn es nicht rankt ist. Es wäre dann nur ein bisschen Incentive rausgenommen, dass man das spielen sollte, um halt eben auf Mythic zu grinden, was ja sehr viele Leute als Ziel haben, jede Season. Ähm, im Endeffekt, ja, ist das auch ein Problem, was wir von unserer Seite aus jetzt nicht lösen können. Also im Endeffekt, die Option wären halt, Karten, die signifikant zu stark sind, für Best of One zu bannen. Sind wir beide nicht so wirklich ein Fan von. Unterschiedliche Bannlisten würde das erzeugen, was Sachen wieder kompliziert macht. Ähm, Best of Three attraktiver gestalten, fände ich irgendwie trotzdem netter, vielleicht, dass das Ranking vielleicht nicht nur auf Best of Three bezogen wird, sondern halt, dass man da schneller rankt oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, dass man einfach sagt, so hey, Turnierspieler kommt hier, Best of Three, da ist es ein bisschen geteilter. Ähm, der letzte Punkt wäre natürlich, vielleicht müssen wir das auch einfach akzeptieren, vielleicht gibt es einfach diese Standards, die im Best of One sehr monoton sind und mit monoton, monorot meine ich da. Ähm, und das ist halt so. Das ist nicht die erste Mono-Red, Best of One-Welle, die wir gerade haben. Das wird auch wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Ähm, ist es das, was uns eigentlich am Ende des Tages wirklich bleibt? Ich, ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich finde es, ich finde es schwierig. Ich finde unsere Idee ganz gut, dass man sagt, hey, man macht das nur mit Best of Three oder man, man geht halt hin und löst es auseinander, aber ich, ich glaube, das Auseinanderlösen, verschiedene Bandlists dafür zu machen, das ist einfach nicht der Move, den wir 2024 machen sollten, meiner Meinung nach. Wir sollten dafür einheitliche Lösungen finden, damit wir nicht schon wieder ein diversiertes Format haben, weil davon haben wir mittlerweile zu viele. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber da die Frage an euch, wie würdet ihr das Best of One Problem von Magic Arena lösen? Ist es in euren Augen überhaupt ein Problem oder sagt ihr, hey, das ist einfach die Situation, in der wir jetzt gerade sind? Magic ist manchmal so, manchmal so, jetzt haben wir gerade einfach so. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord.